Ja, hallo und jetzt kommt zu den konföderierten Spielern. Also auch hier die Vorwarnung, das Video ist nur für Spielleiter, Zuschauer und konföderierten Spieler. Die Unionsspieler dürfen dieses Video nicht sehen. Und ich sag's gerne nochmal, was benutzen wir als Software, weil es zehnmal am Tag gefragt wird. Tabletop Simulator ist die Software, mit der wir arbeiten. Und Kriegsspiel, googelt mal preußisches Kriegsspiel, ist im Prinzip dieses Rollenspielformat, was wir benutzen im Groben. So, und jetzt geht's los. Also, die Truppen der Konföderierten haben sich jetzt auch von der Aufstellung gleich verändert. Und zwar, da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich Chors sind. Das konnte ich in der Kurze jetzt nicht finden. Ich glaub, die haben zwar Chors gemacht, haben die Chors aber den Namen der Kommandierenden gegeben, weswegen das dann nicht erstes und zweites Chor, glaube ich, hieß, sondern eher, wie der Typ halt geheißen hat. Also, hier heißt es jetzt erstes Chor und zweites Chor. Tatsächlich hat er das gar nicht gespeichert, merke ich gerade. Muss ich gleich nochmal gucken, woran es lag. Auf jeden Fall heißt es erstes und zweites Chor dann. Aber normalerweise haben die, glaube ich, einen Kommandeur-Namen. Also, von daher, das ist dann das Breck-Chor, könnte man sagen. Und das ist das Picket-Chor. Von daher, das sind auf jeden Fall jetzt die Organisationen jetzt anders. Die Truppen sind alle auf dem Einser-Punkt. Das heißt, die haben volle Mannstärke, nicht kleinere oder irgendwas. Das heißt, die einzelnen Regimenter darunter, die sind größer, als die bei der Union typischerweise im Durchschnitt sind. Dafür haben die aber in Summe weniger einzelne Regimenter in einer einzelnen Division drin. Die haben also eine andere Struktur als die Union. Könnt ihr euch mit auseinandersetzen. In jedem Fall bedeutet das, dass es so aussieht deshalb. Von der Spieleranzahl wird das so sein, dass wir ja einen Spieler für den Picket haben, einen für den Breck haben. Der kommandiert dann die drei Divisionen hier zum Beispiel, wenn der Breck die zwei Divisionen hier kommandiert. Dann haben wir den Oberkommandierenden, der den Nachschub kommandiert und die Atemrück-Kontrolle komplett hat. Und mit der Kavallerie, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen wollen, ist auch eine Frage der Spieler. Wahrscheinlich werden wir die Kavallerie auch dem Kommandeur hier oben unterstellen, dass er dann auch denen direkt Befehle gibt. Die sind aber sowieso relativ selbstständig im Feld. Von den Befehlen her, auch hier, es gibt eine Änderung bei den Befehlen. Und zwar ist es so, dass die Befehle jetzt den Skill des Generals widerspiegeln. Das heißt also, pro Runde hat man der Brandon zum Beispiel zwei Befehle, die er geben kann. Wenn die unterwegs sind, hat er in der nächsten Runde trotzdem wieder zwei Befehle, auch wenn die auf dem Feld irgendwo rumreiten. Das heißt, er kriegt jede Runde bis maximal zwei, bis er wieder zwei Marker aufgefüllt hat vor sich. Das kann jede Runde also zwei Befehle geben. Also entweder Meldung Obers Headquarter und Befehle nach unten oder zwei Meldungen geben oder zwei Befehle nach unten. Das heißt also, der wird seine Division hier wahrscheinlich relativ langsam steuern. Da fehlt noch ein Wort, sehe ich gerade. Wird die relativ langsam steuern, weil er halt nur zwei Befehle geben kann, aber eigentlich drei Brigaden hat. Und das soll den Skill der Leute halt widerspiegeln. Ein paar sind halt besser, der hat zum Beispiel drei, der kann die alle direkt steuern. Genau. Also soviel von der neuen Hierarchie und der Steuerung. Jetzt zur Mission. Und zwar General Lee an General McCulloch. Wir benötigen dringend neue Vorräte für die Front. Patrioten aus den besetzten Gebieten berichten uns von einer Versorgungsstraße der Yankees um Bloody Hill, das links oben. Es werden wohl Vorräte von Little York nach Springfield und Fayetteville gebracht. Fangen Sie diese unter allen Umständen ab. Und wie gewinnt man das dann eben? Nochmal in Klammern als spieltechnisch einfach. Gewonnen hat man, wenn man zwei Wagen erobert oder drei zerstört hat. Die oberte Wagen müssen allerdings nach Old White River Road, das ist rechts unten, gebracht werden. Und Wagen zerstören dauert eine ganze Runde. Geht also auch nicht immer sofort. So, wir haben gehört, dass nur angeschlagene Verbände von der letzten Schlacht die Route bewachen. Wenn sie schnell zuschlagen, können sie die Yankees womöglich eiskalt erwischen. Und die Truppen müssen gleichmäßig im südlichen und östlichen Rahmen aufgebaut werden. Also, diese Aufstellung hier, die müsst ihr hier an dem östlichen und hier unten an dem südlichen irgendwo aufbauen. Nicht in der Mitte der Map, nicht links und auch nicht oben dürft ihr die aufstellen. Und die Trucks, wenn ihr die erobert, das hier ist die Old White River Road. Wenn ihr die erobert, dann könnt ihr die nur hier draußen quasi nach Hause bringen, um das Spiel zu gewinnen. Ganz wichtig. Ja, ansonsten gibt es hier auch nur noch mal zu sagen, beachtet, was die Map für Besonderheiten haben kann. Also die Telegrafenstraße habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Da kann man halt eigene Telegrafenmast aufstellen. Dann setzt ihr da hier einen Boten hin und da einen Boten hin. Und dann kann der halt direkt hier Befehle noch da weiterleiten. Das wird in der Runde dann direkt weitergeleitet. Wenn der General nicht direkt hier vor Ort steht, dann muss der Bote allerdings zum General reiten, damit er es empfangen kann. Die können auch abgefangen werden, diese Sachen. Ihr könnt ihr auch selber abfangen. Ihr könnt ihr noch einreißen in den Telegrafenmast. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ihr könnt auch versuchen, Fake-Nachrichten vielleicht da reinzuschleusen. Das ist die Frage, ob ihr die begegnerische Befehlsstruktur so perfekt kennt, dass ihr eben Fake-Meldungen einschleusen könnt. Ja, und dann so Sachen wie mit dem Damm. Wenn ihr den Damm sprengt, dann wird das Wasser überflutet. Dann sind die Übergänge erstmal für ein paar Runden hier zu. Der River fließt von Nord nach Süden, war mein Verständnis. Und gerade Pferde brauchen viel Wasser, habe ich heute Morgen noch im Vortrag gehört. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel Nachschutzprobleme habt für eure Cavalry oder so, könnt ihr die gerne am Wasser tränken lassen und dann hier ein bisschen grasen lassen. Dann kann man das Nachschutzproblem der Cavalry vielleicht umgehen. Gerade mit diesen Massen an Cavalry, die man hat bei den Konföderierten, kann man den Nachschub damit künstlich hochhalten, möchte ich sagen. Das kann sich durchaus lohnen, wenn man im Feld operieren will, unabhängig von dem eigenen Nachschub, und den gegnerisch noch nicht erobert hat. Also sollten die Konföderierten sehr stark nutzen, dieses Feature. Also ihr könnt ihn nicht nur immer grasen lassen. Also wenn ihr fünfmal nacheinander grasst, dann kriegt ihr nicht fünf Nachschub. Aber wenn ihr den mal grasen lasst, kann er einen Nachschub bekommen. Und wenn ihr den mal am Wasser tränken lässt, könnt ihr dann auch mal einen Nachschub bekommen. Das hält sich dann im Rahmen. Da müssen die Spieler und Spielleiter mal ein bisschen Discretion walten lassen. Aber das war historisch so, dass sie es gemacht haben. Und von daher lassen wir das hier auch zu, bis zum gewissen Rahmen. Genau, das war eigentlich im Groben und Ganzen alles für die Konföderierten. Genau, das war eigentlich alles. Von der Steuerung dann wie gesagt, das ist ein Spieler, das ist ein Spieler und das ist ein Spieler. Und das da wird höchstwahrscheinlich dem da unterstellt. Müssen wir mal in der Spielerzahl mal gucken. Genau, in dem Sinne. Ciao, ciao.